Hallo zusammen, wir befinden uns im Wohn- und Pflegezentrum zum LAM im BSB. Wir vier machen unsere Ausbildung zur VHG. Heute zeigen wir euch unseren Alltag. Kommen wir doch einfach mit. Als VHG im Langzeitbereich betreuen wir Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Alltag, wie zum Beispiel beim Anziehen, beim Haufen aufstehen oder beim Unterstützen der Körperpflege. Dabei ist es wichtig, dass man sich an jeden Bewohner anpasst und die Selbstständigkeit der Bewohner fördert. Auch medizinal-technische Tätigkeiten, wie zum Beispiel Blutdruck- und Blutzuckermässungen, die jeweils am Morgen und am Mittag stattfinden, zählen zu unserem Alltag. Das Schönste an unserem Beruf ist, Menschen, die Hilfe benötigen, unterstützen zu können. Im Langzeitbereich haben wir die Möglichkeit, Menschen über eine längere Zeit zu begleiten und mit ihnen eine Beziehung aufzubauen. Dabei spüren wir die herzliche Dankbarkeit von den einzelnen Bewohnern für die Arbeit, die wir täglich machen. Das Besondere am BSB ist, dass es gross und sehr vielfältig ist. Man arbeitet mit Mitarbeitern wie auch Bewohnern zusammen, durch verschiedene Kulturen zu kommen. Das macht den Alltag spannend und abwechslungsreich. Insgesamt hat es bei uns fünf verschiedene Pflegezentren und das BSB unterstützt einen in den beruflichen Weiterbildungen wie auch in der Berufsmatur. Die Frage im BSB ist ein sehr verantwortungsvoller und wichtiger Beruf, weil die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen auch in der Zukunft immer gebraucht wird. So, jetzt haben wir euch gezeigt, wie unser Alltag aussieht. Wir hoffen, es hat euch gefallen und neugierig gemacht. Wenn ja, dann bewerbt euch doch noch heute. Wir freuen uns auf euch. Bis bald! Bis bald!